Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu die Werbe-Wuche. Ich befinde mich hier im Lakeside, wo heute Abend der Egon verliehen wird. Wer wird Werber dieses Jahres und welche Kampagne hat euch 2011 vom Besten gefallen? Das erfahren Sie jetzt. Bereits seit 1977 wählt die Schweizer Agenturszene ihren Branchenprimus. Zum 35. Mal wird also der Egon verliehen, zum 12. Mal die Kampagne des Jahres gekürt, und zwar hier im Lakeside. Von seiner Mediagentur an der Höschgasse 45 bis zum Zürichhorn hatte er wohl den kürzesten Weg, Urs Schneider. Von Nervosität nicht die Spur, seine Nomination findet er gar ein bisschen komisch. Das weiss ich auch nicht genau. Die früheren Werber dieses Jahres haben mich dann nominiert und dann habe ich gesagt, es muss ein Ehrtum sein. Also, ich bin nicht eigentlich ein Werber, ich bin eher ein Erbserzähler. Also, und dann haben wir das diskutiert, weil die Botschaft hat mich im Bauernmarkt komischerweise erreicht, ganz zufällig. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, also, das musst du einfach machen. Und ich habe dann gesagt, ja, nein, das wird pinnlich, weil ich kann mir vorstellen, dass ich mit null Punkten aus dem Rennen gehe. Und dann ist das das erste und das letzte Mal gewesen. Und dann haben wir es gleich gewagt. Sie hat dann gesagt, ja, das musst du unbedingt machen. Und so, ja, ist komisch, dass wir gewählt haben. Als verrückte Manne durften wir sie kennen und lieben lernen. Wolf Schneider, Peter Bönnimann, Roman Hirsbrunner, Gerry Ebi und David Scherrer. Die Ami-Serie war, sagen wir mal, der Mehrheit der Kandidaten bekannt. Ja, ich habe natürlich die Serie wirklich mitverfolgt. Ich habe alle Staffeln durchgeschaut, runtergeladen auf iTunes. Ich bin ein grosser Fan davon, tatsächlich. So hielten sich auch die Vorbereitungen für den Dreh in einem annehmbaren Rahmen. Ja, ich bin ja einer von den wenigen oder etwa der Hälfte gewesen, der mitgemacht hat. Insofern habe ich mich vorbereitet, indem ich mich schwer betrunken habe, wie man gesehen hat im Bild. Nicht gerade wirklich und einfach überlegt habe, was es für ein Posing könnte geben. Man darf sich also nicht beklagen. Selbst der Motz von Butz hatte verhältnismässig wenig zu nörgeln. Da schreibe ich nichts, das ist ja nichts zum Motzen. Ich nehme an, jetzt schaue ich mal, wie es essen ist, vielleicht kommt dann noch der Motz. Aber ich will da nicht in den Stuben trampen mit Schneeschuhen. Mit dem Segen Theophils konnte die Verleihung dann auch beginnen. Moderatorin Eva Niederka führte durch den Abend und verkündete noch vor dem Dinieren die Kampagne des Jahres. 34% der Leserinnen und Leser der Werbewoche, wie auch der Zuschauerinnen und Zuschauer von Star TV, wählten die Kampagne für UPC Cable.com zum Sieger und liessen somit die Orange Kampagne, wie auch den Spot für Schweiztourismus von Spielmannfelser Leo Burnett, klar hinter sich. Die Zürcher Agentur Fitzner Borrell, welche zur Zeit auch mit dem Denner Plakaten einer für alle präsent ist, gestaltete die Spots mit dem Hollywood-Schweizer Carlos Leal. Regie beim Dreh des schnellen Netzes führt der Regisseur Reto Salimbeni und seine Zürcher Manifesto-Films. Und jetzt Internet von UPC Cable.com. Für uns ist es natürlich irrsinnig schön, dass wir mit unserer Werbung, die wir haben, auch die Leute ansprechen. In einer Art auch mit einer fröhlichen und guten Art können, die Leistung, die wir haben, zu zeigen. Was immer schwierig ist, ohne dass man den Hechtag macht. Und so haben wir auf einer sympathischen Art mit dem Carlos können, unsere Leistung zu bringen. Und das ist schön, dass das angekommen ist und dass es die Leute sehen und die Leute auch Freude haben. Und diese Freude möchte man erhalten. So wird auch in Zukunft das Surfen mit UPC Cable.com auf humorvolle Art von dem Musiker demonstriert. Nach Tomatensuppe, Geschnetzeltem und Eiscreme widmete man sich dann dem zweiten Titel des Abends, Werber des Jahres. Werte und Eiscreme, Geschnetzeltem und Eiscreme. Werte und Eiscreme. Werte und Eiscreme. Wir haben einen Preis. Wir haben einen sehr schönen Fettbewerb. Ich fragte, wieso man die Egonheizung hat. Ich habe mich immer gefragt, wieso die Egonen. Und dann hat man gesagt, dass sie etwas mit Egonanz tun. Das war unsympathisch. Passt nicht so gut. Passt nicht so gut. Ich muss schauen, was die Egonen aneinandersteht und nicht in die Mühre. Und so habe ich mir überlegt, man könnte die Mühre gut sein. Aber dann haben wir das Problem. Da müssen wir niemanden zünden. Dann gehen wir mal her. Das geht nicht. Also, er kommt jetzt ins Konkurrenz. Wie gut liess sich Urs Schneider doch noch von seiner Gattin überreden, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Der Mediaspezialist, der als quasi Aussenseiter galt und sich selbst als Erbsenzähler definiert, gewinnt den egomanischen Egon. Und zwar an diesem Ort, wo er im Sommer sein 10-jähriges Jubiläum feierte. Ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich gehe nur an bestimmte Orte. Und das hat auch einen Grund. Und heute ist auch ein ganz spezielles Datum. Es ist der 2.2.2012. Das macht 7. Und 7 ist eine Glückszahl. Urs Schneider, ein Werber des Jahres, wie es ihn so noch nicht gab. So, das wäre es auch schon wieder gewesen von der Werbewoche. Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung mit dem Werbeblog. Schaltet wieder ein am Dienstag am 4.浪 Sydney, hier auf StarTV. Tschau miteinander. Horrorfilme. Big fan, ich kenne alle. Mich erschreckt nichts mehr. Bloß der beste Horrorfilm macht keinen Spass, wenn der Fernseher nicht die volle digitale Leistung empfangen kann. Probieren wir doch mal die Super HD Bild und Ton Qualität von New PC Cablecom aus. Nie… Sie soll ja so toll sein. Der New York Crispy. Mit Bacon, saftigem Rindfleisch, frischem Salat und crispy Onions. Für einen unvergesslichen Geschmack. Jetzt bei Magdals. Und für später noch ein Espresso. Mit dem Basic Combi von UBC Cablecom empfangen Sie Digital TV in HD-Qualität, surfen schneller als mit dem schnellsten Swisscom DSL und telefonieren erst noch günstig. Das alles für nur 59 Franken. Nur jetzt mit gratis WLAN-Modem. Echt? Danke. Echt für mich? Echt für mich? Danke, Dominic. Mach deinen Star nervös. Du entscheidest die Swiss Music Awards. Stimm ab auf SwissMusicAwards.ch Echt? Echt für mich? Tja, Red Bull verleiht Flügel. Bonprix und Star TV suchen vielleicht genau dich. Du bist Schweizer Bürgerin zwischen 18 und 25 und mindestens 1,69 Meter gross. Ausserdem bist du eine natürliche Schönheit, die sich für die Umwelt einsetzt. Dann bist du eine Kandidatin für die Miss Earth Schweiz Wahlen 2012. Gehen umzählige Aufträge im Wert von 10'000 Franken und fahr ein Jahr lang gratis fort. Bewerben kannst du dich online unter missearthschweiz.ch Und vielleicht bist du genau das Gesicht für den neuesten Bonprix-Katalog und die Revlon-Kampagne «Beauties for a course». Also, anmelden unter missearthschweiz.ch Oder dann auf dem Postweg an Miss Earth Schweiz Organisation, Postfach 419, 3000 Bern. Anmelden kannst du dich noch bis am 29. Februar. Da wird es Ihnen auch im Winter warm ums Herz. Swisscom TV mit Teleclub on Demand und über 2000 Top-Filmen auf Abruf. Entdecken Sie jetzt die neue Emmi-Joghurt-Milk und geniessen Sie Ihres Müsli wie noch nie. Frische Schweizer Milch und cremigen Joghurt, vereint für den perfekten Müsli-Genuss. Die neue Joghurt-Milk von Emmi. Das cremige Geheimrezept für Ihres Müsli. Swisscom TV Start für Einsteiger. Jetzt auf digitales Fernsehen wechseln. Schon für 14 Franken pro Monat.